Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play God of War 2 mit Minimpirus. Wir machen weiter. Wir sind immer noch hier und ja, müssen jetzt Dinge tun. Okay, warte mal, haben wir von Energie? Nein, von Energie haben wir, weil es sich im Fall da auch Energie und so ist, würde ich sagen, sollten wir uns hier nochmal auffüllen, kurz. Sehr schön. Ja. Und schön, wenn ihr mit mir am Start seid. Und mal schauen, wie es heute weitergeht hier im, im, äh, ja. Ah, zum Glück habe ich mir die Feuer aufgefüllt. Oh ne, oder? Ja, ja, kurz vor Andersrum, bitte. Und. Ah, einen Kopf weniger. Oh. Aber weil die Kleinen dich? Und die große. So. Dann nochmal die hier. Nee. Und. tschüss und tschüss ah, sehr gut das nächste München ist weg sehr gut ist schon mal guter Folgenstart ne, heute sehr schön ok, die haben wir schon mal na, da kann der Fats da hör doch mal auf die Sache hin bitte danke so oh, hör doch mal auf die ja, man darf den Finger nicht so halten das ist echt blöd das gab damals als eine doppelte Uhr ah, ich bin tot äh, so, so jetzt mach doch oh na gut ah na, das geführt wird aus der extra Einladung das muss getan werden ah, nix die waren das wo man nur, ähm na, eigentlich nichts tun muss na easy war's das? ja oh, gut du war ein guter, guter, guter Anfang sehr gut, aber noch gar wieder voll Energie nice ok, das lief doch mal ja mal super oh, die haben wir einen Speicherpunkt noch besser besser kann die Folge ja gar nicht mehr laufen nach so zwei chaotischen Folgen gleich hintereinander haben wir jetzt ja wieder Folgen die wirklich gut sind die auch funktionieren so richtig geil yay da freuen wir uns doch na gut, ich hab schon mal mehr Geld vorgenehm freuen wir äh, hä? okay ah, okay ihr wollt später auf dann haben wir einen Zeit-Zeitstopper ich verhindere, dass du die Gönntin erreichst auch und das sind die die über die 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 entsteht damit warte mal ich kann schieben ok gedacht so du bist echt ein arschloch weißt du das das typ ist echt so eine gemeinheit dass du die kaltin erreicht alle mal da kkk oder kommt 1 du kleiner idiot das ist böse gewesen da ist jetzt ließ jetzt vor hört mich an erneut bittet jemand der das schicksal der menschen verändern möchte um euer gehör jetzt ließ den scheiß mensch zu geil nein das wird unser aller ende sein ja dann ende ist er gleich deinem ist ein bellen ich war der ließ ich erleuchte dich gleich ja sehr schön torbrecher wo wir uns geschafft komplett nice kratus Genau wie der Phönix, der aus seiner Asche wiedergeboren wird, suchst du nach einer zweiten Chance. Finde diese Asche und befreie den Phönix. Nur dann wirst du den Weg zum Tempel der Meuren finden. Na gut. Okay. Okay. Den Krieg schädig halten. Nice. Und nun mit dem Ding. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah, ich werde mich verziehen überall, ah ok, cool, nice, achso, ah, weg von dem Ding, ah ok. Oh, jetzt gehen wir da runter, oh Gott, ich dachte, jetzt gehen wir da höher, na gut, geschafft, oh, kommt kein Zwerger dazu, oder bleiben das nur die, ich hab da mal auf, ich weiß, ja, ey, die wollen, wollen wir in der Sitzerschaft, achso, und jetzt kann ich was machen, halt die Tür, halt die Tür nach hinten, ne, die letzte, ne, die hat mir noch gar nicht geöffnet, stimmt, okay, einmal, zweimal, sehr schön, und da kann man den nächsten, nicht so schön, äh, um, um, ok und geschafft der ist weg und hier eigentlich war es ein bisschen ein bisschen verschwendet oder zorn ja schon mal ein bisschen verschwendet egal sehr schön 6 28 ok ja ok dann sie haben sie mit dem schädel gibt es eine tür oder was ist das war es wenn wir die tür geöffnet wir haben die erste geöffnet das geht das geht auch nicht ok ok eine sache würde ihr wohl noch fehlen aber ok wie ist der missionsabschnitt wo keine magie mehr das ändere ich mal wieder schön ok die werden sich die werden wir jetzt im leben erwecken noch die skilette Okay. Ähm. Ja. Hallo. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Sehr gut. Bleiben die, bleiben die, naja. Willst du nicht sterbe? Ja, so gut, so gut. Äh, noch zwei haben wir, ne? Er hat noch zwei Stück. Okay. Alter! Äh, das war, das war sehr knapp. Muss ich nicht wiederholen, danke. Alter Schwede! Was das Café? ора! Fahrgutleben Sie tief? Ah, das warst du, du? Dennis Nöjet. Ich habe mir angeheken. sind da drei insgesamt okay das geht das gehöre ist ja niedlich ja ich hab's mir gedacht ja früher sehr gut aber und da ist an Ah, ja. Glück gehabt. Nein! Hör doch mal auf damit. Auf. Ich bin mir geil so schnell. Ja, bitte. Hör doch mal auf damit. Auf. Hallo. Hä? Von wem wäre ich denn getroffen? Von allen. Ja, hallo. Äh, ja. Ja, nun siehst du ja gar... Oh, es ist wieder so, was man nicht sieht, ne? Och, nee. Nein. Alter. Ja. Wunder mit euch. Oh my god. Oh my god. Okay. Oh, mach doch mal los. hallo menschen dauert es denn ja natürlich bitte ja ich mache es beide gleich okay sehr gut auch nicht noch einen fischern jetzt zweimal bitte ich habe kreis gedrückt ich habe kreis gedrückt aber ist ja weil der neben der weg und nennen sie aber davon auch ausgibt es denn die funktionierter aber endlich da in der ich habe keine energie er kann man die mehr mann dass sie getroffen hast danke dass du mich getroffen hast oh mein gott sind also füße sind also scheiße sie ist irgendwie Ich bin der Wettbewerb. ich hab doch gemacht okay sehr gut was ich hab so euer danke spiel vielen dank menschen es ist eine blitz ist eine scheiß szene ja ist diese steine an der bisher gleich ist ja gleich gut ja 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 Was? Aaaaaah! Jetzt mach doch! Ich hab's doch gemacht! Alter! Ja, du bist nicht gekommen. Äh, hier Preisgeduld. Oh, alter, danke. Aber der ist mit dem Finger, mit dem Finger gehinkommen, ne? Oh, meine, ja. Jaaaa! Du blödes Mist für mich. Oh, alter. Geh da drauf, hallo! Ich muss draufgehen? Danke. Oh, ey. Danke. Oh, alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Geil. Das ist aber dann... Das ist aber die nächste Folge. Oh, mein Gott. Ah, ja, gut. Okay, dann machen wir's in der nächsten Folge nochmal den ganzen Scheiß. Der Kampf ist irgendwie scheiße. Ich find den scheiße. Der sieht... Keine Ahnung. Ich find, das sieht man gar nicht, wer wo angreift. Du kriegst auf einmal auf die Fresse. Also, keine Ahnung. Du findest in dem Kampf scheiße. Du siehst halt überhaupt nicht, wer wo angreift. Also, bei den Ankämpfen hast du es ja mal gesehen. Also, gegen diesen Riesenviecher oder den find ich halt scheiße. Du siehst halt irgendwie... Auf einmal kommt irgendwas um die Ecke und du bist tot. Also... Oh, nee. Na gut, Leute. Ich danke fürs Zuschauen. Mal gucken wir's nächstes Mal, was da geht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Dann gucken wir weiter, wie es in dem Frühling zu ist. Und... Gucken wir mal. Bis dann. Tschüss, euer Paris. Tschaui. Bis nächste Folge. Tschüssi.